Die SBI verspricht etwas, das überhaupt nicht zu halten ist. Erstens sind wir heute schon selbstbestimmt und haben die Selbstbestimmung in unserer Verfassung und in unserem Gesetz. Und zweitens führt die Selbstbestimmungsinitiative zu einem Mechanismus und einem Automatismus, wo völkerrechtliche Verträge gekündigt werden müssen, wegen eines Einzelpunkts in der Anwendung, obwohl wir ganzheitlich und gesamtheitlich zu einem Völkervertrag Ja gesagt haben. Und darum macht die SBI überhaupt keinen Sinn.